Guten Morgen, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XDB. Heute am Donnerstag, den 21. Dezember 2023, da dachten wir alle, wir können uns jetzt langsam ins Weihnachtswochenende verabschieden, da wird schon nichts mehr kommen und dann vergesse ich meinen Computer auszuschalten bzw. lasse die Handelsstationen offen und meine Jungs spielen ein bisschen an der Handelsplattformen rum und schwupps steht der Nasdaq bzw. der S&P 500 über 1% im Minus. Nein, das ist natürlich nur ein Spaß. Was auch immer da gestern passiert ist, es ist schwer zu erklären, es gab keinen fundamentalen News-Trigger in irgendeiner Form, eine irgendwie Makro-Ankündigung oder sonst dergleichen, das ist auch erkennbar, deutlich erkennbar, wenn man sich beispielsweise Gold anschaut. Aber die technische Überdehnung auf der Oberseite, die scheint es ja wohl dann hauptsächlich gewesen zu sein und da kam dann gestern Einstein auf den nächsten und es machte tick, 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 tick. Das war so eine Art Salami-Crash, möchte ich mal fast sagen. Ein Crash ist auch sehr stark übertrieben vor dem Hintergrund dieses fast schon historischen Laufs, den wir zu sehen bekommen haben im S&P seit Anfang November mit fast Aufschlägen in Größenordnung fast 20% neue Jahreshochs, also 15% waren es wenigstens, dass wir dort mal 1% einknicken, das ist nachvollziehbar. Dass es jetzt kommt, das ist ein bisschen überraschend. Interessant wird es heute, meiner Einschätzung nach, aus rein psychologischer Perspektive und was ich damit meine und welche Kurslevels da heute im Zusammenhang eben mit dem Kursverlauf zu beachten gilt, wo es dann vielleicht doch nochmal weiteren Abgabedruck geben könnte, dazu in wenigen Sekunden mehr, bevor wir offiziell starten, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Devision und CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater, lade sich dann auf xdb.com.de kostenlos eine Demo herunter, teste den Handel risikofrei, schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet und sofern man sich das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit ein Live-Konto zu öffnen natürlich, diesbezüglich alle Informationen, vollständig Risikoweise ganz besonders. Auf xdb.com.de, darüber hinausgehend nutzt gerne die Möglichkeit, den Kundensupport hier im Berliner Büro anzurufen, wenn ihr Fragen haben solltet zur Kontoeröffnung, zu xdb.com.de als Broker und dergleichen. Kurz bevor wir zu den Kontaktdetails kommen, in eigener Sache, bitte nichts in den folgenden Minuten als Anlageempfehlung missverstehen. Es handelt sich um ein rein edukatives, rein informatives Event, ihr könnt gerne eure Fragen in der Kommentarfunktion unterhalb des Videos stellen, aber bitte nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Hier die Kontaktdetails, Telefon- bzw. E-Mail-Adresse, kurz zu xdb.com.de als Broker, was da C4 Brokersjahres 2023. Die Gründe dazu geführt haben, findet ihr links hier einmal aufgeführt. Ein Grund mit Sicherheit, die xStation und genau auf die wollen wir jetzt just in diesem Moment einen Blick werfen. Und einen Blick werfen auf, ich habe hier den S&P 500, auf 5 Minuten war es einmal aufgemacht. Und ihr könnt die Blaufarmeligen schon sehen, die ist entstanden gerade in dem Live-Event mit den xdb-Kunden, die ich als psychologisch für den heutigen Handelstag erachte. Also, nochmal ganz kurz die Zusammenfassung dessen, was gestern passiert ist. Eigentlich passierte erstmal rein gar nichts. Wir kamen rein in den Handelstag, wir drifteten aufwärts, wir nahmen hier Kurs auf die Jahreshochs an dieser Stelle, wir markierten neue Jahreshochs, rollten dann über. Und dann kam plötzlich aus dem Nichts in den Abend hinein, ab 20 Uhr ungefähr, Abgabedruck, unterschreiten dieser Tiefs. Und dann kam es zu einem kleinen Wasserfall im übertragenen Sinne. Und wir haben starke Dynamik auf der Unterseite zu sehen bekommen, die dazu führte, dass der S&P an dieser Stelle über 1% innerhalb von rund 1,5 Stunden Abgabedruck gesehen hat. Also, nochmal, wenn wir uns das Ding übergeordnet anschauen, dann ist nichts passiert. Es ist nicht so, dass wir jetzt hier die große Panik irgendwie schieben sollten oder sonst dergleichen. Also zumindest noch nicht. Mal schauen, was dann noch kommt. Aber in Summe sollte man sich immer vor Augen führen, diese Rallye, die wir hier gesehen haben, mit 2, 3 kleinen Tagen, wo wir mal ein bisschen rot gesehen haben, aber nie wirklich anziehende Volatilität. Der Kollaps im WIX, Volatilitätsindex auf den S&P 500, auf neue Jahrestiefs, viel Jahrestiefs sogar, 2020 war das letzte Mal, dass wir in diesem gefüllten Volatilitätsindex hier im WIX gehandelt haben. Und das sind die Niveaus gewesen sogar von vor Covid, Pi mal Daumen, in die wir innerhalb relativ kurzer Zeit gelaufen sind. Neue Jahreshofs, die wir im Hinblick auf den S&P markiert haben. Also, dass da mal früher oder später ein kleiner Rücksetzer kommt, das war erwartbar. Aber wenigstens ein kleiner Rücksetzer. Ich hatte schon in den letzten Tagen immer mal wieder gesagt gehabt, es würde mich nicht überraschen, wenn wir recht turbulent ins neue Jahr vielleicht sogar starten. Vielleicht gibt es aber auch ein Abbild dessen, was wir 2018 zu sehen gekommen haben. Dieses sogenannte Wulmageddon, was wir damals zu sehen bekommen haben. Das ist immer noch eine ernstzunehmende Option. Ich bin jetzt überrascht, dass wir jetzt solch einen kurzen Rücksetzer sehen, so ein kleines Aufschrecken. Und man kann es auch in sozialen Medien lesen, man kann es auch in den Medien generell, glaube ich, sehen. Und der Hinweis darauf, Mensch, was ist denn jetzt passiert? Oh, ist das der Beginn eines großen Crashes oder sonst dergleichen? Nein, wir sind weit davon weg. Das war einfach, meiner Einschätzung nach, erstmal eine technische Reaktion. Eine, die überraschend kam. Ja, ohne Frage. Ich vielleicht muss an der Stelle für meine Fälle sagen, ich habe vielleicht sogar ein bisschen mehr Glück als Verstand gehabt an dieser Stelle. Ich hatte nämlich nach meinem Carvana Longplay, was ihr ja auf x-Twitter gesehen hattet und was ich ja auch lang und breit diskutiert hatte und erklärt hatte und erzählt hatte, auch hier an dieser Stelle thematisiert hatte, hatte ich gestern dann durch einen zufälligen Tweet mal kurz Affirm auf den Schirm geholt bei mir. Ebenfalls ein Short Squeeze Play, welches wir ja Anfang, Anfang Dezember, ich glaube, es war Ende November sogar schon, hatten wir Affirm zum Thema gemacht mit dem Breakout damals über die 27 und haben uns nachdem fast verdoppelt in der Aktie. Ebenfalls eine Short Squeeze, vielleicht auch eine fundamentale Entwicklung, das ist ja ein Anbieter von Buy Now, Pay Later, das heißt also private Darlehen in diesem Zusammenhang, wo die Nachfrage natürlich kollabiert ist, was darin resultierte, dass die Aktie, wenn wir uns das im Deli anschauen, regelrecht zusammengebrochen ist, nachdem sie in 2021 noch bei 170 Dollar notiert hatte, lange Zeit der Akkumulation und aus dieser Akkumulationsphase dann übergehend. Hier diese Beschleunigung, nahezu eine Verdopplung des Kurses jetzt innerhalb von drei Wochen und dann schaue ich mir den Kursverlauf an, gucke mir die Aktie an und denke mir, in diesen Gefilden hier oben um 51 handeln, das sieht ein bisschen extended aus und vor allem sieht es auch danach aus, als wenn wir hier CAV-technisch vielleicht sogar für einen kleinen Short ein interessantes Setup vorfinden. Ich habe das Ganze entsprechend abgebildet und jetzt aktuell liege ich eben deutlich vorne auf die Position, sehe auch noch weiteres Abschlagspotenzial meiner Einschätzung nach, vielleicht sogar in Richtung der 40-Dollar-Region, das ist ungefähr der durchschnittlich bezahlte Preis, ausgehend von dieser Kurs-Rally, die wir hier eingeleitet hatten mit diesem Breakout, mit dem anziehenden Volumen. Aber nichtsdestotrotz, also das war ein Shortplay, das ist aus einem Tweet entstanden, das hatte ich jetzt nicht irgendwie auf dem Schirm. Short wäre eigentlich kein wirkliches Thema gewesen und deswegen ist es auch eine kleine Size nur, die den Trade abbildet. Aber jetzt kommt nämlich genau dieser Aspekt und ich will von dem dann auf dem breiten Markt überleiten. Es ist vor allem ein Psychologie-Play, was ich jetzt hier habe an dieser Stelle, was sich jetzt auch beginnt eventuell ziemlich dann schnell nochmal zu beschleunigen auf der Unterseite und nochmal einiges an Performance vielleicht sogar generieren könnte, selbst wenn die Size relativ klein ist. Was meine ich damit? Nun, man stelle sich vor, man hat hier diesen Breakout getradet, man sieht diese Rally, man hat vielleicht innerhalb dann dieser Konsolidierung auf den nächsten Breakout das Halten dieses Breakouts nochmal sich long positioniert. Fakt ist auf jeden Fall, Short-Squeeze-Plays, die sind in der jüngeren Vergangenheit, also in der letzten Woche wenigstens, sind die durchaus ein Thema geworden. Das konnte man durchaus erkennen, die aktiv gehandelten Titel waren rund um Carvana, waren rund um eine Upstart beispielsweise. Wir haben in der Sunrun, Run beispielsweise, auch im Solarbereich, beispielsweise Nova, haben wir aggressiv geshortete Titel, die alle starke Kursaufschläge gesehen haben und Performance generiert haben. Also wie gesagt, Affirm ist vielleicht sogar noch der herausragende Kandidat, weil die Squeeze hier schon seit geraumer Zeit läuft, mit Aufstiegen von 100% innerhalb von wenigen Wochen, ungehebelt. Und jetzt siehst du halt potenziell Gewinnmitnahmen einsetzen, beziehungsweise hast an dieser Stelle den ersten Knacks in der Psychologie. Und jetzt stelle man sich einfach vor, wir sind nicht in der Lage, jetzt an dieser Stelle das Momentum wieder aufzunehmen, sondern der Knacks ist jetzt gegeben und wir setzen diese Abwärtsdynamik weiter fort und du sitzt auf einem Floating Gain vielleicht und sagst dir an der Stelle, weißt du was, ich realisiere jetzt lieber mal den Gewinn in diesem Bereich, nicht um mir jetzt hier noch meine Jahresend-Performance in Anführungsstrichen irgendwie zu verhageln. Das kann also durchaus Gewinnmitnahmen nach sich ziehen. Das ist auch ein durchaus aktiv gehandelter Titel. Gestern über 40, 45, 60, 50 Millionen Stücke irgendwie sowas gehandelt gewesen sind. Und sieht dann ausgehend davon eine zunehmende Beschleunigung, besonders wenn dann eben aus diesem Pokerspiel und man realisiert, okay, die Käufer kommen nicht wirklich rein, wenn darüber hinausgehend eben der übergeordnete Markt beginnt skeptisch zu werden. Und das ist etwas, was auch für den breiten Markt eine Rolle spielt. Wenn wir uns Gold betrachten, fällt uns auf, da ist nichts passiert. Das war kein Makro-Event. Wir können uns den Kalender hier anschauen. Wir sehen gestern keine News-Events in irgendeiner Form, die relevant wären. Wir haben heute BIP-Zahlen, dritte Schätzung für das jetzt vierte Quartal, Entschuldigung, dritte Quartal natürlich, für das dritte Quartal sonst dünn. Da kommt nicht mehr besonders viel. Also Makro ist das nicht. Das ist keine Entwicklung im Zinsbereich auch dergleichen gewesen. Man könnte vielleicht sagen FedEx vielleicht als Rezessionsindikator. Auch da finde ich das ein bisschen schwierig, die Argumentation. Unterm Strich bleibt auf jeden Fall, wir haben jetzt hier in gewisser Form einen gewissen Knacks gesehen einfach. Und jetzt überlege man sich, gut, wann könnte denn jetzt nochmal Abgabedruck sich auf den Weg bringen gesehen? Oder wann könnten wir nochmal Abgabedruck sehen? Und da würde ich so weit gehen, dass ich sage, das sind die gestrigen Tiefs. Also solange wir oberhalb der gestrigen Tiefs handeln, die verlaufen hier im Falle von S&P und 4740 Punkten, ist eigentlich alles in Ordnung. Eigentlich alles in Ordnung bleibt es auch, selbst wenn wir drunter gehen würden. Aber gehen wir drunter, dann würde ich nicht ausschließen wollen, dass wir ausgehend von der Fed letzte Woche in diese Gefilde ungefähr zurücklaufen. Wir sollten auch ungefähr erkennen, ungefähr im aktuellen Bereich verläuft der sogenannte auf die Fed geankerte volumengewichtete Durchschnittspreis. Das ist der durchschnittlich vom Markt bezahlte Preis auf die Fed. Wer also long war, auf die Fed, ausgehend von der doppischen Rhetorik und dergleichen, der sieht sich jetzt hier vor einer Handelsentscheidung oder mit einer solchen konfrontiert, wird potenziell unter Wasser gedrückt im Schnitt. Auch da könnten Gewinnmitnahmen realisiert werden, beziehungsweise ein Abstoß in der Position. Okay, der läuft nicht, Jahresend-Ready, Center-Clause-Ready, wie auch immer wir sie nennen wollen, ist abgesagt. Und sorgt dieser Abgabedruck dann für einen Fall und Halten unterhalb der Tiefs, die wir gestern hier ausgebildet haben, um 4740 ungefähr, dann wäre nicht auszuschließen, dass wir nochmal 100 Punkte auf der Unterseite gehen in den Wochenschluss hinein, in das Weihnachtsfest hinein. Dann wäre nicht auszuschließen, dass wir nochmal 1,5-2% Abschläge sehen. Könnte seine Zeit erstmal brauchen, aber wir haben auch gesehen hier im Falle vom S&P gestern, auf langsam folgt schnell. Also das heißt, wir trickeln drunter und wenn dann der Flush-Moment kommt, die Beschleunigung, dann könnten wir solch einen Leck nochmal auf der Unterseite durchaus auch anschließen. Also, das heißt, für den heutigen Tag, lange Rede, kurzer Sinn, es wird ein reines Psychospiel in der Führung gestrichen, das würde jetzt dramatischer sein, als es ist, also es wird reine Psychologie sein und der Fokus rein technisch wird auf den Tiefs von gestern liegen. Brechen wir die, ist denkbar, dass wir nochmal Abgabedruck sehen, der uns dann in Richtung der FED-Ausgangsniveaus um 4650 vielleicht führt im S&P. Können wir die halten, die Tiefs, dann war das vielleicht gestern einfach nur mal ein kurzes Schütten am Baum und alles ist gut. Wie gesagt, in Bezug auf meine Affirm-Position wünschte ich mir natürlich, dass da noch ein bisschen mehr kommt, wobei Affirm so ein bisschen losgelöst vom breiten Markt ist an der Stelle und vielleicht ein eigenes Leben führt an dieser Stelle und alle weiteren Details morgen dann. Jeden guten Morgen, Börse gemeinsam mit XDB. Happy Trading, passt auf die Stops auf, habt euch wohl, bis morgen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.